Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Und zwar sind wir jetzt hier beim Apollo Kern gewesen. Da irgendwo sind wir rausgekommen. Und so, jetzt müssen wir... Kleiner Blick noch, läuft die Aufnahme? Ja, alles klar. Jetzt müssen wir hier an den Robbys da hinten vorbeikommen. Irgendwie nicht vom Radar erfasst werden. Da steht einer. Und da. Nein, möchte ich nicht. Die haben glaube ich immer dasselbe Sprachprotokoll. Okay. Hallo. Hallo. Gut, der kommt jetzt hier lang. Wir halten Details im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht. Ja, ja. Okay. Ähm. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Oder ich würde mir gerne was zu essen ziehen. Ja, genau. Sie sind die Besten. Oh, mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Was passiert da jetzt? Habe ich jetzt die Tür aufgemacht? Bitte komm nicht zurück. Ich kill dich sonst. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Synthetement. Ja. Mach ich. Äh, wo muss ich jetzt hin? Äh. Kann ich hier durch? Tür verschlossen. Ja, natürlich. Äh. Bin ich hier vielleicht? Irgendwas machen die. Ach, da ist noch so. Nein! Dies könnte man nur Aufmerksamkeit bedürfen. Nein. Nein. Könnte nicht. Du hast nichts gesehen. Oh, scheiße. Kannst du mir auch gar nicht an. Na. Natürlich hast du die. Methanol. Schön. Ach, da ist ein Radio. Alles klar. Hä, hä, hä. Du gehst hier nicht wieder rum? Oh, wo ist er hin? Ach, da hinten. Alles klar. Oh. Meine Fresse. Okay. Ach, da ist ein Ding. Okay. Hä, hä. Ich würde den ja gerne kalt machen. Weißt du, was? Machen wir auch. Äh, 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 äh. Au. Äh, 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 äh. Ich trommel schon auf E. Vorsichtshalber. Ja, alles klar. Nein. Boah. Äh, 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 äh. Weißt du, was? Grill. Oh, okay. Ich glaube, da kommt jetzt, hoffe ich mal, keiner. Äh, ich muss mir ein Mediket reinpfeifen und eins basteln. Oh, komm. Nein. Ah, gut. R. Fupp. Ah. Oh. Warte. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeugs. Oh. So. Okay, hier knistern und knackert das alles. Könnte ich hier was? Nein. Strom wiederherstellen. Ja, würde ich gerne. Hä? Ladungspack. Ah, hier ist glaube ich nur so ein Ding, wo? Ja. Ja. Jetzt kann ich das ungestört machen. Und muss nicht ständig auf den Robby achten. Pritzel, Pritzel, Pritzel. Ich frage mich gerade, hätte ich da irgendwas machen können? Was weiß ich, dass ich den Robby irgendwie hätte mit dem Ding grillen können. Das wäre cool gewesen, aber naja. Geht das Ding jetzt? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ja, hoppla. Ich muss das Ding machen. Gut. Okay. Geht's jetzt? Ja, Wind aktivieren. E. Ö. Und wieder E. Damm. Wo kamen jetzt die Ketten her? Und jetzt? Ach, da ist ein Durchgang. Okay, wollen wir hoffen, dass die Kacke da nicht runterplumpst. Rausklettern. Rausklettern, rausklettern. Alles klar. Brauch ich nicht. Und, öh, ich hab nicht gespeichert. Okay, mach wohl nicht so schlimm sein. Das kriegen wir wohl hin. Da ist ein Gegensprecherlager, aber die brauchen wir ja nicht. Okay, da lang. Ich mach mal Licht aus, ich muss ein bisschen Batterie sparen. Ich seh, oh. Ah, hier. Das ist ein Leiter. Hey, ey. Hey, Pferze. Cool. Okay, dann fängt noch nichts. Ciao. Where the fuck am I now? Oder ist das noch dieselbe Ecke? Benutzen wir mal den Ionenschneider. Einmal runter, einmal schönen Kreis lang. Zack. Hebel benutzen. Ach, rechte Maus, dachte ich. Ach, warte. Okay. Okay. Da war ja eigentlich gerade einer. Oh, speicheln. Da war ja eigentlich gerade noch einer, den, oder der, hier, oh. Langlieb. Was ist das da? Der ist bestimmt hier unten. Öffnen Sie das Gitter. Hm, da ist wohl einer einschweißen. Äh, welches Gitter? Ah, da sind zwei Stück. Ah, okay. Wahrscheinlich das Gitter. Facility Management. Okay, der sagt mir auch, wo ich langen soll. Der Grund, warum ich immer so schleiche, ist... Ja, mach ich. Könnte ich mich irgendwo verstecken? Okay. Receive another of these stop-fucking-weaponized-the-tools. Okay. Gibt's hier eine Waffe? Nein. Schon wieder so vollgepackt da, ja. Super. Warum werden die mir nicht angezeigt? Was soll der Müll? Das ist wieder so ein super Robby. Klasse. Bin ich hier drunter? Nie. Wir bekenden uns heute auf einer erhöhten Gefahren ein-Demonstrufe. Wupp. Merkwürdig. Der hat mich gerade sehr knapp gesehen. Ach, jetzt sieht er den. Ich werde der Sache nachgehen. Oh, nein. Bitte nicht. Nein. Hier ist keiner drin. Hier ist keiner drin. Hier ist keiner drin. Hier ist noch immer etwas verkehrt. Okay. Apollo benötigt einen ausführlichen Bericht. Und tschüss. Nein. Oh. Okay. Tschüss. Ist hier irgendwo was? Oh, okay. Nein. Tschüss. Tschüss. Au. Nein. Aua. Ah. Komm. 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 Wie etter. Das piekst. Weißt du, was noch mehr piekst? Das. Wie geil. Wie geil ist das Ding denn? Yeah. Wie cool. Hallo. Erstmal halt so zielen und dann gedrückt halten. Cool. Die Klappe geht aber auch nicht zu, oder? Nö. Das ist ja geil. Oh. Da ist einer nicht mehr ganz so lebendig. Munition vom Bolzen. Schnappschuss. Okay. Terminal. Chief, ich gehe jetzt wie viel lang drunter zum Reaktor? Wartung. Ich habe das Gitter hinter mir abgeschlossen. Der Code lautet 6832. Sekunde. Wird aufgeschrieben. 6, 8, 3, 2. So. Flores. Okay. Freigegeben. Stromversorgung. Katze. Äh. Flores. Wir brauchen Sie unten in der Reaktorwartung. Ich erhalte Berichte über partiellen Stromausfällen von überall auf der Station. Es wird die Hölle los sein. Ich weiß. Aber hier oben erkenne ich nichts. dass die Stromversorgung gefährden könnte. Können Sie da unten einen vollständigen Systemcheck vornehmen? Chief. Äh. Nein. Flores. Wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Sanders ist tot. Und mindestens vier weitere Indigenöre fehlen. Einer dieser verdammten Androiden hat mich beinahe geköpft, als ich... Äh. Äh. Also habe ich mir eine Waffe zusammengebastelt. Hat genug Kraft, um diesen Dreckskerlen ein Loch in die Birne zu pusten. Hahaha. Ja. Das stimmt. Ich werde sobald... Äh. Ich kann kommen. Chief. Ordner fehlerhaft. Schade. Zubehör. Äh. Sechs. Acht. Nein. Ach, das sind drei Zahlen. Okay. Sechs. Acht. Drei. Zwei. Ah. Tada. Da freut er sich. Obergeil. Okay. So, ich will jetzt aber nicht alle Bolzner bei den Androiden verwenden. Wer weiß, vielleicht kann ich die ja noch brauchen. So, Batterie ist voll. Sekunde. Ich hole mir noch ein Mediket rein. Während ich meine Näschen kratze. Okay. Okay. Reactor Access. Da sind, glaube ich, gerade zwei Leute. Oder zwei Androiden sind da reingegangen. Scan zeigt nichts an. Ja, wo klackert hier immer was? Cool. Okay, hier gibt es nichts. Null und nö und nicht die Bohne. Bolzenschieber. Oder Schießer. Keine Ahnung. Aufzurufen. Okay. Wehe, da sind jetzt Androiden drin. Die grill ich und haue ich kaputt. Gut. Bin ich hier richtig? Ich schätze schon. Und los geht's. Riccardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Okay. Welche Tür geht auf? Okay, die. Okay, da läuft was. Das steht dir genau noch vor. Nein. Ey. Ich hör da schon ein altbekanntes Geräusch. Oh, mein Lieblingsgeräusch. Eine Speicherstation. Ich hab mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt. Oder in der Decke. Sebastopol besteht aus Lüftungsschichten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Tiefende. Okay. Da gibt es wieder einen kleinen Hinweis auf unseren lieben Freund. Okay. Da ist eine Pumpgun. Und meine... Hey, meine Waffen sind wieder hier. Geil. Wie kommen die denn hierher? Ah, hier, Ausweiskarte. Hier ist verschlossen. Alles klar. Hier ist auch zu. Tja, dann muss ich wohl hoch. Flup. So, schön geduckt laufen. Ich hab keine Angst, dass da... Irgendwas ankommt und sagt, haha, wer sind sie denn? Und mich dann einfach mal kalt macht. Oder wir wissen jetzt, dass das Monster wohl wieder hier ist. Hier ist... Hier ist... Schön, dass hier überall immer Licht angeht. Finde ich richtig toll. Was mir auch immer gefällt, ist diese Architektur. Die ist richtig gut. Was? Ich bin oben auf dem Reaktor, Herr Mikado. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Mhm. Alter. Moin. Alter, ist hier Regen? Riecht jetzt hier? Ernsthaft? Wenn das hier jetzt regnet, ne? Das wäre obergeil. Okay. Äh, äh, äh. Jo, hab Angst. Ey, da steht schon einer und wartet, weißt du? Ich glaube, den muss ich kalt machen.